Dokumente und Vorlagen speichern. Excel-Dokumente enthalten häufig sensible geschäftsinterne Daten. Beim Speichern der Datei können Sie einige Vorkehrungen treffen, um diese Daten vor Missbrauch zu schützen. Bitte planen Sie für dieses Lernmodul ein Zeitfenster von ca. 10 Minuten. In diesem Modul erfahren Sie mehr über die Dateiformate für Dokumente und Vorlagen in Excel weiter, wie Sie Ihren Dokumenten Eigenschaften zuweisen können und wie Sie Dokumente verschlüsseln, um einem Missbrauch vorzubeugen. Stellen Sie sich dazu einmal Folgendes vor. Sie haben den Finanzplan für Ihr Unternehmen entworfen, der nun zur Prüfung und Weiterbearbeitung im firmeninternen Netzwerk abgelegt wird. Vor dieser Aufgabe steht auch der Finanzberater Christian H. Wie aber speichere ich Daten sicher? Gehen Sie dazu folgendermaßen vor. Im Dialogfeld Vorbereiten auf der Office-Schaltfläche können jedem Dokument Eigenschaften wie Autorenangaben oder Schlüsselwörter zugewiesen werden. Arbeitsmappen werden im Format XLSX abgespeichert, Vorlagen hingegen mit der Dateienendung XLTX. Im Dialogfeld Speichern finden Sie die Auswahl. Und mit dem Befehl Verschlüsseln können sensible Dokumente versehen und so vor Missbrauch geschützt werden. So einfach schützen Sie Ihre Dokumente. Die Maßnahmen zum Schutz Ihrer Dokumente, detaillierte Optionen für das Speichern von Vorlagen oder das Hinzufügen von Eigenschaften, schützen Ihre Daten nachhaltig vor Missbrauch. Fassen wir zusammen. Sie können Ihre Dokumente kennzeichnen, zum Beispiel mit Schlagwörtern oder Autorenangaben. Ihr Dokument können Sie in verschiedenen Formaten, zum Beispiel als Vorlage, speichern. Und die Zuweisung eines Kennwortschutzes verhindert unberechtigte Zugriffe auf Ihre Daten. Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Erfolg mit dem Lernmodul Dokumente und Vorlagen speichern.